Hallo, ich bin Benjamin Fischer, ich bin 13 Jahre alt und ich bin der Entwickler des Longboard-Logs. Das Longboard-Log lässt sich einfach an nahezu jedes Board montieren. Man schraubt die Muttern ab von der Achse, setzt das Longboard-Log drauf und schraubt die Muttern wieder drauf. Dann kann man seinen Schluss durchziehen, hier durch, und einfach abschließen. Ich habe es erfunden, weil wir durften unsere Boards nicht mehr mit in die Klassenzimmer mit reinnehmen. Und das war relativ ärgerlich für mich und meine Klassenkameraden. Und dann habe ich die Sommerferien genutzt und habe das Longboard-Log entwickelt. Das Longboard-Log lässt sich an viele verschiedene Arten von Boards montieren. Hier an Cruiser, an Pennyboards, an Longboards.